Ja, als nächstes in diesem Tutorial möchte ich euch die Konfiguration von Audio und MIDI Hardware zeigen. Zunächst, bei der Audio Hardware handelt es sich meistens um Audio Interfaces, die wir per USB oder Firewire anschließen, so zumindest die neueren Geräte, die sind digital und über USB läuft dann quasi der ganze Datenstrom, wie Input, Output, Mikrofone, alle Aufnahmen und Ausgaben laufen dann am Ende über das Audio Interface. Das könnt ihr euch quasi als externe Soundkarte vorstellen und um diese Einstellung vorzunehmen, gehen wir in die Einstellung von Logic, wir können das hier über das Menü machen und direkt auf Audio oder MIDI springen. Ich benutze gerne den Shortcut Command Komma, so wie es fast in jeder Mac OS X Software der Fall ist und unter dem Bereich Audio haben wir ein paar Tabs und der wahrscheinlich wichtigste Tab ist der Geräte-Tab. Wir aktivieren Core Audio, das ist eine Treibersoftware, die in Mac OS X integriert ist und die garantiert uns relativ kurze Latenzzeiten, die ist sehr performant. Und als Output und Input Geräte habe ich hier bereits mein Audio Interface ausgewählt, das ist ein Steinbeck CI1. In der FH Köln sind das glaube ich Motu MK22 Audio Interfaces, das heißt, wenn ihr hier die Einstellung vornehmt, steht bei euch was anderes. Ihr könnt dann hier in einem Dropdown auswählen. Ausgang integriert wären die Lautsprecher vom MacBook oder vom Mac, je nachdem. Ihr könnt theoretisch auch Airplay auswählen. Ja genau, und dasselbe halt auch für Input Geräte. Eingang integriert wäre dann das Mikrofon oder ein angeschlossenes Headset über die Klinke an der Seite des MacBooks oder an der Seite des Macs. Und wir wählen hier aber auch natürlich das Audio Interface aus und sind dann somit schon mal ganz gut vorbereitet. Die Puffergröße können wir soweit eigentlich unberührt lassen. Hier müssten wir eigentlich nur Einstellungen vornehmen, wenn Ein- und Ausgabe stottern würde. Also wenn wir merklich merken, dass hier Performance-Probleme bestehen. Ja, die restlichen Einstellungen können wir eigentlich auch so lassen, wie sie sind. Hier wird nochmal die Latenz angezeigt, die wir durch das Interface haben. Latenz bedeutet im Prinzip eigentlich nur, dass wir eine Verzögerung haben. Diese Verzögerung ist dadurch bedingt, dass natürlich nicht direkt alles ankommt, sondern Audio Interface und MacBook erstmal die Daten digitalisieren müssen und rumschieben müssen. Und dadurch ergibt sich halt an verschiedenen Stellen durch die CPU, durch die Umwandlung eine gewisse Latenz. Und die wäre bei uns jetzt, wie hier angezeigt, 20 Millisekunden Roundtrip, beziehungsweise 10 Millisekunden im Output. Ja, wichtig wäre noch zu sagen, und zwar, wie ich bereits mal erwähnt habe, ist Monitoring ja das Mithören von Input. Das heißt, wir haben unser Mikrofon angeschlossen, wir haben ein Signal, was reinkommt und wir möchten natürlich auch mithören. Also im idealsten Fall hat der Aufzunehmende oder der gerade aufnimmt ein Kopfhörer auf und hört mit, was er selber sagt. Das hat einfach damit zu tun, dass wenn man Kopfhörer auf hat, man sich selber kaum hört, dadurch man rein theoretisch lauter sprechen würde und dass die ganze Aufnahme, ja, es verfälscht das Ergebnis, um es kurz zu sagen. So, dieses Monitoring muss natürlich so kurz wie möglich sein. Ich möchte jetzt keine halbe Sekunde Latenz darin haben, mich selber zu hören, weil dann kann ich auch nicht mehr wirklich gut aufnehmen, was ich aufnehmen möchte. Und was Software Monitoring vom Hardware Monitoring unterscheidet, ist, dass das Monitoring, das ganze Signal geht halt einmal durch das Interface, durch Logic Pro X in die Kopfhörer, also wird dann nochmal über das Interface an den Ausgang gesendet und bringt uns dadurch natürlich mehr Latenz, als wir eigentlich haben wollen. Um genau zu sagen, diese 20 Millisekunden, die hier oben sind. Die meisten Audio Interfaces unterstützen Hardware Monitoring. Das heißt, der Input, den ich in das Audio Interface reinbekomme, wird direkt an meine Kopfhörer gesendet und geht gar nicht erst den Umweg über den Rechner. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir Software Monitoring natürlich ausschalten, weil wir sonst erstens alles doppelt und dann zweitens einmal ein Signal mit Latenz und einmal ein Signal ohne Latenz hören würden. Also, wenn ihr ein Audio Interface benutzt und direktes Mithören eingeschaltet habt oder benutzt, das müsst ihr dann in der Bedienungsanleitung eures Interfaces nachlesen, solltet ihr Software Monitoring ausschalten. Ja, wenn ihr das Gerät erfolgreich konfiguriert habt und auch alles hört und seht, dann möchtet ihr natürlich direkt aufnehmen und wir machen jetzt hier mal testweise eine Sprachaufnahme. Ihr erstellt für eine Audioaufnahme natürlich eine Audiospur und könnt direkt in diesem Fenster auch einen Input oder mehrere Inputs wählen und natürlich den Ausgang. Unser Standardausgang ist Output 1.2. Das ist der Masterausgang bzw. von unserem Audiointerface, das Output und unser Input. Haben wir hier die Auswahl von Input 1, 2, 1 und 2 und ein Bass. Die Basses sollen uns erstmal nicht interessieren. Input 1, 2, 1 und 2 kommen natürlich vom Interface und es geht einfach darum, dass wir einen linken und einen rechten Kanal haben. Und an meinem Interface habe ich jetzt das Kabel von meinem Mikrofon nur an Input 1 angeschlossen. Hätte ich jetzt ein Stereo-Mikrofon, wären Input 1 und 2 belegt, dann würde ich hier diese Auswahl benutzen. Ich will jetzt Input 1 aus. Monitoring brauche ich nicht. Ich habe Hardware-Monitoring angeschaltet. Und unser Ausgang ist auch richtig. Und dann kann ich auch schon auf Erzeugen klicken. Hier kann man noch direkt die Aufnahme aktivieren. Das könnte man sich sparen. Hier sehen wir einfach, dass jetzt das Air blinkt. Das heißt, wir sind zur Aufnahme bereit. Und ganz wichtig ist, hier erscheint die Pegelanzeige oder mir wird der Pegel angezeigt von dem, was das Programm bereits mitbekommt. In diesem Fall Logic. Das heißt, wenn ich jetzt hier spreche, ihr seht, dieser Pegel schlägt aus. Und um eine Testaufnahme zu machen, solo ich die Spur jetzt mal. Und wir machen mal eine Aufnahme. Ich drücke dazu natürlich den Aufnahmeknopf oder die Taste R. Dies ist eine Testaufnahme. Ja, und wie wir sehen, ist die Aufnahme erfolgreich gewesen. Wenn ich hier einen Doppelklick auf diese Region mache, wird mir die Waveform des Audios, welches ich aufgenommen habe, hier angezeigt. Und wir sind weit unter dem möglichen Pegel. In diesem Fall würde ich den Input an meinem Audiointerface jetzt erhöhen. Denn wir wollen ja am Ende unserer Aufnahme natürlich eine konstante Lautstärke haben. Und ja, wenn wir wissen, dass wir das Audio nicht von der Lautstärke erhöhen würden, dann wäre uns das jetzt egal. Wenn wir allerdings so einen Pegel bei minus 3 oder 0 oder minus 1 anpeilen, dann ist ja schon klar, dass wir die Lautstärke hier erhöhen müssen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass Audiointerface, Kabel, Mikrofon, alle Geräte, die quasi im Prozess beteiligt sind, erzeugen ein Grundrauschen. Also es gibt ein Grundrauschen, was wir hier teilweise auch schon sehen können in der Waveform. Wenn wir hier weiter ranzoomen würden, irgendwie wäre das noch deutlicher. Und wenn wir jetzt die ganze Lautstärke anheben, dann erhöht sich natürlich auch das Grundrauschen. So, wenn ich jetzt aber das Signal von vornherein erhöhe, also über mein Audiointerface den Inputregler, dann wäre das Grundrauschen gleich niedrig, aber unsere Aufnahme wäre lauter. Und dadurch würde sich das Grundrauschen relativ, wäre dann natürlich leiser. Ja, das probieren wir jetzt mal aus. Ich lösche diese Aufnahme hier. Ich möchte diese nicht behalten. Schließe mal den Sample Editor hier wieder. Werde jetzt ein bisschen meinen Inputregler am Audiointerface erhöhen und die Aufnahme mal erneut starten. Dies ist eine Testaufnahme. Ja, ich habe auch gleichzeitig ein bisschen lauter gesprochen. Wenn wir jetzt hier reingehen, sehen wir, die Waveform ist schon ein bisschen lauter. Wir lassen das jetzt erstmal so, wie gesagt, anpeilen, dass ihr natürlich nicht übersteuert. Also, wenn ihr aufnehmt, dann darauf achten, dass der Pegel, aber das könnt ihr vorher auch schon testen an der Pegelanzeige hier, dass ihr nicht über 0 kommt. Also, ihr solltet schon so bei minus 1 versuchen, dass die maximale Lautstärke bei minus 1 liegt. Sonst übersteuert eure Aufnahme. Die Qualität wird schlecht. Ja, sehr schöne Aufnahme. Wir schließen das mal hier. Und weiter geht's mit MIDI. Ich deaktiviere hier mal die Aufnahme und lösche mal die ganze Spur. Gehe wieder in die Einstellung rein und ich habe hier die MIDI-Einstellung. Und hier gibt es allerdings wirklich nicht ganz so viel zu sagen, weil MIDI-Devices eigentlich Hand in Hand gegenseitig, also die ganze Zeit eigentlich funktionieren. Ja, ich habe jetzt an meinen MacBook per USB ein kleines MIDI-Keyboard angeschlossen. Es gibt auch extra MIDI-Stecker, die benutzt allerdings keiner mehr. Die meisten Keyboards oder Tastaturen und Controller verfügen über den USB-Anschluss. Ich habe das jetzt einfach nur angeschlossen. Kann sein, dass man für verschiedene MIDI-Devices noch extra Treiber installieren muss. Ja, wenn ich jetzt nochmal in die Einstellung gehe, hier hat sich nichts geändert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Instrumentenspur gehe, die als Input natürlich erstmal nichts braucht, sondern eigentlich wird direkt immer alles an MIDI, an die ausgewählte Instrumentenspur gesendet und jetzt eine Taste drücke, dann wird der Ton gespielt. Ich kann nur mehrere Tasten drücken. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Wenn wir jetzt quasi hier mal eine, diese Region nach hinten verschieben und das Ganze mal so lohnen, dann habe ich die Möglichkeit hier, ich habe die Aufnahme aktiviert, ich drücke wieder Aufnahme. Ja, das ist jetzt musikalisch nicht wirklich perfekt. Es geht auch einfach nur darum, zu zeigen, worum es geht. Wie ihr seht, wurden die Noten, die ich gespielt habe, aufgezeichnet. Und die liegen natürlich hier etwas außerhalb und innerhalb des Rasters. Das ist allerdings nicht schlimm, denn wir können das Ganze relativ schnell quantisieren. Und zwar gibt es hier auf der linken Seite die Zeitquantisierung. Ein Sechzehntel Note sollte für uns genügen. Wir drücken auf das Q und wie wir sehen, wurde das hier eingerastet. Ja, wie wir sehen, die ersten Noten hier wurden nicht aufgenommen. Das liegt daran, dass ich die zu früh gespielt habe. Das heißt, vor der Eins hier. Und wurden dadurch nicht aufgenommen. Ich habe quasi also noch in dem Pre-Count, also das Vorzählen der Aufnahme, habe ich aufgenommen. Und das wurde dann mal relativ schnell gekickt. Darauf also auch achten, wenn ihr MIDI aufnehmt, wann ihr genau die Tasten triggert. Wenn das schwierig wird, dann würde man im Idealfall einfach den Pre-Count so ansetzen, dass er nicht bei der Eins anfängt an aufzunehmen, sondern eventuell bei der Zwei. Und dann kann man sich, dann würden auch die Noten, die da vorliegen, aufgenommen. Und wir hätten keine Probleme, die dann einfach an die richtige Stelle zu verschieben. Ja, das war es auch schon soweit zu Audio und MIDI-Geräten. Und das war es auch schon. Vielen Dank.